Die Bilder des Künstlers Bruno Amadeu, später auch als Giovanni Bragolin bekannt, hat jeder sicherlich schon mal gesehen. Meist zeigen sie weinende Jungen und Mädchen. 1985 wurde durch Feuerwehrmänner berichtet, dass diese Bilder die einzigen Objekte waren, die in total ausgebrannten Häusern unbeschädigt waren. Schnell kam das Gerücht auf, dass die Bilder verflucht seien und sie der Grund für das Abbrennen der Häuser seien. Auch sollen sie den Besitzern nur Zwietracht und Unglück bringen. Auch soll der Maler in den 80ern im Fernsehen aufgetreten sein, wo er jedem Besitzer so eines Bildes geraten hat, es zu vernichten. Denn er sei in ein Teufelspack eingegangen, um die Bilder gut zu verkaufen. Es führte zur Massenverbrennung dieser Gemälde. Der Fluch könnte nur gebrochen werden, wenn man ein Junge und ein Mädchen Gemälde wieder zusammenführt. Falls ihr mehr solche Videos sehen möchtet, dann folgt mir doch bitte. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.